Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Black Phone. In diesem Film geht es um einen Kindesentführer-Mörder, der bei allen der Greifer genannt wird, gespielt von Ethan Hawke, der dieses Mal ein Kind namens Finlay Blake, gespielt von Manson Thomas, entführt und bei dem alles ein bisschen anders läuft als gedacht. Denn seine Schwester Gwen Blake hat übernatürliche Fähigkeiten, indem sie Menschen, Orte sieht, die mit irgendwelchen Sachen, wo sie gerade mit beschäftigt ist, sehen kann. Und dieses Mal ist in diesem Raum auch ein schwarzes Telefon, wo der Finlay eingesperrt wird. Und dieser Greifer hat schon mehrere Kinder getötet und durch dieses Telefon bekommt er von diversen Kindern halt auch Tipps. So weit, so gut. Aber der Film, der war echt nicht gut. Der war so absolut gar nicht gut. Also ich habe die Horror-Elemente verstanden, ja. Ich habe die Story verstanden, ja. Aber ich habe mir nur so ungefähr, so im letzten Drittel des Filmes mir nur gedacht, jetzt bitte lasst mir endlich einen von den wichtigen Personen sterben, damit der Film endlich vorbei ist. Also der Film hat so seine Atmosphäre versucht aufzubauen, er hat es versucht, es düster, er hat es versucht, auch erdrückend zu machen, dies und das. Hast du nicht gesehen, er hat versucht, so die Charaktere auch gut darzustellen und so, aber der Funke ist einfach nicht übergesprungen. So absolut gar nicht übergesprungen. Also es gab zwar ein, zwei Momente, wo ich mich mal ein bisschen erschreckt habe, aber der Film hat mich mehr gelangweilt als alles andere. Also irgendwann waren mir die Charaktere auch einfach nur sowas von egal gewesen. Da habe ich mir einfach nur gedacht, ja, schön, alles klar, mhm, ja, kommt er endlich mal zum Ende. Und ja, von daher, mehr kann ich zu diesem Film auch echt nicht sagen, außer, ja, es waren zwar ein paar interessante Momente, also der Anfang des Films war noch ganz okay gewesen, so der Storyaufbau war okay gewesen. Aber je länger der Film ging, so uninteressanter wurde er halt auch. Ja, so viel mehr kann ich zu diesem Film jetzt auch gar nicht sagen, ohne den noch mehr zu spoilern, beziehungsweise ohne den komplett zu spoilern. Ja, so sieht das dann halt aus. Also der Film war echt nichts Besonderes. Der hat nichts Neues gemacht, was den Horror-Genre betrifft. Also wenn man da mal solche Filme da nebenstellt, wie Get Out oder Quiet Place, dies, das. Ja, die haben da schon versucht, ein bisschen was Interessantes reinzubringen, aber dieser Film, der war absolut nur so, ja, Standardkost halt, also nichts Besonderes. Also den kann man sich genauso gut abends mal beim Streamingdienst sich angucken. Dafür braucht man kein Geld ausgeben. Ja, und wie ich diesen Film bewerte, das sage ich euch gleich nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fan Shop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. So, jetzt kommen wir zur Bewertung des Films. Ja, wie gesagt, also der Film, der war für mich jetzt absolut nichts gewesen. Von daher gebe ich diesen Film zwischen ein und zwei Totenköpfen, ja. Er hatte so seine Momente gehabt, so der Anfang des Films, der war ja noch okay gewesen. Aber, ja, das war es dann auch schon. Da hilft es auch nichts, wenn man jemanden wie Ethan Hawke verpflichtet, wenn der Plot einfach so, ja, 0815 halt ist. Ja, nächste Woche gibt es die Filmbewertung von dem neuen Thor-Film. Love and Thunder. Yes. Da freue ich mich schon drauf. Denk mal, da wird es nicht viel zu meckern geben. Beziehungsweise es wird halt das, was man halt erwartet. Es wird halt wieder absoluter Fanservice geboten. Vielleicht auch die ein oder andere tolle Überraschung mal wieder, wie es zum Beispiel bei Dr. Strange der Fall war. Ja, da bin ich ja mal ganz positiv. Blicke ich da nach vorne. Ja, dann würde ich euch sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.